Aber wenn man über Sicherheit spricht, dann muss man auch über die Sicherheit an den europäischen Grenzen reden. Da werden die Hausaufgaben nämlich nicht gemacht. Wenn ich lese, dass in Lampedusa 9.000 Menschen angekommen sind seit Montag, dann heißt das hier, ist Alarmstufe rot. Und da wünsche ich mir von der Europäischen Union ein bisschen mehr, auch schärferes Vorgehen, endlich einmal auch das zu tun, was seit Jahren versprochen wird, dafür zu sorgen, dass die Außengrenzen gesichert werden. Und da wünsche ich mir eine ÖVP, die auch einmal ihre Versprechen lebt, das ja auch nicht passiert. Also alles das zeigt, dass die Freiheitliche Partei schon auch ein wichtiger Faktor sein muss, um die Sicherheit zu garantieren, nicht nur in der Luft über Sky Shield als Raketenabwehrschirm, sondern auch zu Land, wo wir auch Europa vor dieser Massenmigration auch schützen müssen.